Das ist schwer! Ich glaube ich wende mich in derzeit mal kurz an die andere Platte. Vielleicht kann ich das da an mir rausholen. Hä? Sag jetzt nicht, da ist noch eine Schraube drin. Da ist noch eine Schraube drin. Hacke. Uah. Alter. Oli. Werdet locker. Na. Ich habe übrigens den Magnis gefunden. Hier. Jo. Nein, hier. Kannst du dich bewegen? Bewegst du dich irgendwie? Alter. Alter. Ach. Achtung Finger. Weil, starker Magnet. Fidget Spinner. Ja. Ja. Hier genauso. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Oha. Ah ja. Der ist da drin. Okay. So. Wir haben einen Magnet. Okay. Nö. So nicht. Was passiert eigentlich? Wenn ich... Oh Gott. Oh wow. Oh. Oh scheiße. Das war... Eine blöde Idee. Oh man. Alter, die Magneter sind so stark, ne? Das ist ja abnormal. Guck mal. So. Wie bekomme ich jetzt den los? Braucht das jemand? Ich verschenke's.